Hi meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit Thilo. Es hat sich gereinigt. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Also heute gibt es dann mal mit dem Thilo das Video. Das reint sich einfach anders auf deinen Namen. Thilo im Video. Bald im Kilo. Heute gibt es das Video wie gut kennst du mich. Genau, das was ich auch mit der Sarah in diesem Video gemacht habe. Keine Ahnung, irgendwo verlinke ich es euch. Ja, also wer will anfangen? Ich weiß nicht mal eine Frage, du hast mir nicht mal Fragen aufgeschrieben. Kannst du dir selber keine ausdenken oder was? Kann ich. Ja, dann fang an. Fang an. Fang du an. Was ist meine Lieblingsfarbe? Keine Ahnung. Ich mach das Video ganz schnell jetzt. Keine Ahnung. Deine Lieblingsfarbe? Was? Das ist keine Farbe. Aber du willst immer alles Weiß haben. Ja, das stimmt irgendwie. Aber es ist trotzdem nicht so meine Lieblingsfarbe. Ja. Aber irgendwie doch. Weiß ich auch nicht. Jetzt, jetzt hast du mich verwirrt. Einmal rosa oder sowas. Alle Frauen haben ja. Ich mag ein helles rosa. Ganz ganz helles 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 helles. Weiß rosa. Fertig. Was ist meine Lieblingsfarbe? Ja. Blau. Nein. Grün. Schwarz. Ja. Kein Wunder bei der Seele, Alter. Ich finde grün schön, ja. Ja. Aber du hast nur geraten. Aber nur so kack, Grün. Ja. Nein. 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 In deinem Gesicht. In deinem Gesicht. Was war mein erstes Haustier? Eine Ameise. Was? Eine Ameise. Scheiße. Das könnte sogar stimmen. Du bringst mich immer... Das geht so nicht. Ohne eine Schnecke oder sowas. Ohne Scheiß. Irgendwie sowas. Ich schwöre ja, Mann. Alles kalt. Es war eine Schnecke. Wie gut kennst du dich. Jetzt mache ich eine übertrieben krasse Frage. Okay. Du musst lauter sprechen. An welchem Wochentag wurde ich geboren? Keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht. Ich weiß es nicht. Bestimmt an einem Sonntag. So faul wie du immer bist. Nein. Es ist ein Montag. Ein Montag. Boah, ja. Der schlechte Launetag. Ich bin an einem Sonntag geboren. Ja. Das merkt man in allen Lebenslangen. Immer zu spät. Immer mit der Ruhe. Immer am Chillen. Immer... Warte chillen. Wann hatte ich meinen ersten Gangbang? Warte ich doch schon mal. Warte ich doch schon mal. Warte! Naja... Ahaha... Du überträgst einfach! Und du tust mir weh. Ahaha. Und du tust mir weh. Was ist mit dir? Kann man so. Ich schwöre, ich wüsste nicht, was ich vor... Hm, äh... Also mit Sarah hat das aber mehr Spaß gemacht. Ja, aber was weiß ich, was ich so vorhin... Das war unser tolles Video! Bis morgen! Hab euch lieb! Peace! Ah! Betreib es einfach immer! Ich habe Wut auf dich! Guck mal, jetzt meine Schlappe... Was ist denn... Mein Schlappen! Oh, ne! Boah, das hasse ich dir! Du fährst kurz meinen Schlappen! Was ist mein Schlappen? Lass, ich hab gerade das Wettbewerb auf dich gemacht, Mann! Du wirst... Du bist so ein Schiss-Nervensäge! Oh! 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 Fuck, Alter! Zeig mal! Ich bin auch so mit meinem Fingernagel in sein Auge gekommen! Zeig mal! Was ist denn er zeigen? Du bist so der Herrle über dir jetzt, oder? Das ist ein Haarkampf, Alter! Du kannst direkt mit dem Fernsehen machen, Alter! Zeig mal! Ach, ist alles noch... Alles okay! Immer... Siehst du... Immer heul... Ich muss übertreiben, ne? Immer heulst du und dann verlierst du... Aua! Au! Doch, das tut voll weh in meinem Rücken! Hallo! Hör auf zu Kitzeln! Ich schwöre weg! Oh mein Gott! Hör auf! Ich schwöre weg! Hör auf! Ohicas! Oh ich kann nicht vergessen... Ich schwöre, du kriegst wieder Fingerlömer ins Auge. Ich schwöre. Hör auf, ihr. Oh, meine Hohen. Hör auf. Hör auf. Ich schwöre. Ich fahre aus dem Blatt. Hallo. Das war unser Video. Bis morgen.